Climate Change Management ist ein neuer Masterstudiengang der Hochschule Weinstephan-Triesdorf und er adressiert insbesondere Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen, also die Lösung des Klimawandels. Der Masterstudiengang ist insbesondere für Absolventen, die in der Landschaft, in der Landnutzung tätig werden. Also die Studieninteressierten müssen mitbringen, eine Begeisterung für die Thematik sich diesem Thema zu stellen, das uns alle betrifft in der Zukunft. Das, was wir wollen, ist, dass die Studierenden Werkzeuge in die Hand kriegen, um sich da dran zu trauen und das schaffen wir mit dem Studiengang. Also das Besondere an dem Masterstudiengang ist, dass man sich dieser großen globalen Thematik lösungsorientiert nähert. Dazu vermitteln wir sowohl im Fächerstudium die Grundlagen als auch im Projektstudium die Umsetzung dieser Grundlagen. Absolventen können in den Bereichen tätig werden, in denen sie ihre spezifische Grundausbildung schon gemacht haben. Heißt, die werden in all den Sektoren, die jetzt klassischerweise durch diese Fachrichtungen bedient sind, in der Landwirtschaftsverwaltung, in der Forstverwaltung, in Planungsbüros, genau solche Leute in der Zukunft gebraucht. Und wenn man schaut, wo die arbeiten können, dann ist es nicht nur ein nationaler Arbeitsmarkt, sondern auch ein immer größer werdender internationaler Arbeitsmarkt. Wir freuen uns auf Sie als Studierende. Wir machen Sie fit dafür, die Landschaft klimafit zu machen.